Leute, ihr seid verrückt. Ihr seid verrückt. Wie soll ich das alles vorlesen? Was schreibt ihr so viel unter die Folge? Und damit erstmal herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die mit der Edenauten-Mod hier. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Moment, ich muss mir gerade mal selber eine verpassen. Wo fährt denn der widerlich? Ja, hier ist das Baby, was wir letzte Folge gefunden haben. Die Frage, wollen wir das behalten, wollen wir das nicht behalten? Dann 26 Kommentare, ja, 26 Kommentare unter die letzte Folge. Wie soll ich das alles vorlesen? Weißt du, was wir jetzt machen? Das ist der Wallcard, da hinten ist der Knast. Wir fahren jetzt zum Wallcard hier. Den räumen wir nochmal komplett leer, gucken, ob der respawned ist. Dann gehen wir mal in den, äh, in den Knast, gucken, was da so los ist. Wir können uns ja jetzt wehren, ne, und wir müssen was essen und trinken, sehe ich gerade. Und währenddessen versuchen wir einfach ein wenig, ja, okay, ein wenig, ähm, Kommentare vorzulesen. Denn wir haben ja mehr als genug, ne? So. Cephiroth schreibt, kurzes Hallo aus dem dicken B-Tollemod. Spiele sie seit Ostermontag auch. Dann wünsche ich dir viel, viel Spaß damit, Cephiroth. Guck mal, ich hab noch nicht getauscht hier. So, äh, geht mal her, hier, verändern. Raus, 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 raus. Abschließen. Ja, damit... So, die Farbe will ich aber auch haben. Verändern, raus da, jawohl. So, ich mein, so viel tut sich da nicht verändern, ne? Nein. Wow, hier unten, das wird, glaub ich, schwarz. Genau, ein Motor rein. Muss immer ein Motor rein. So, jetzt ist wenigstens alles auf 6, dann passt das auch. Dann sieht das alles schön gleich aus. Weil, EP hier. Ey, du. So. Mann, 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 Mann. Müssen wir mal gucken, ob wir heute überhaupt ne, äh, ne Timelapse hinkriegen. Bam, bam, kriegt auch Schmaul. Denn, wie gesagt, wir müssen so viel lesen, lesen, lesen. Das ist Wahnsinn. Hallo, hallo, schreib. Wolltest du nicht Papier suchen und nicht Stoff? Keine Ahnung. Irgendwas wollten wir suchen, ne? Ich weiß selber nicht mehr was. Hallo. Ist halt so. Wir suchen einfach, oder wir sammeln einfach das ein, was wir finden. Und gut ist. Tja. Bam, bam, hier ist Electric Man. Wie es aussieht. Was ist denn da hinten mit der Schwarze da? Seht ihr das? Den fetten? Egal. Wir haben 12.37 Uhr. Wir müssen weitermachen. Sonst brauchen wir da nicht mehr rein. Ja, 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 ja. Komm, ist gut. Das ist aber wieder Ralph hier, ne? Ne. Buford. Ah. Der gute Buford T-Justice. Aha. So. McSpec, den kennen wir. Den kennen wir auch. Raybeard interessiert uns nicht. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So. Auf geht's. Hallo Spindy. Halt den Rand, obwohl das noch ein Auto. Können wir auch mitnehmen. Spinde! Hallo! Hallo! Soll doch mal tot. Ja. Na ja. Haha. Hui! Weg ist er, ne? Zack. Ich glaube, hier kommt kein Benzin raus. Aber wir nehmen es trotzdem mit. So. Die Annie René Penny schreibt, ich finde die Flinte sehr gut. Und die ist bestimmt sehr gut bei den Horden. Ich würde sie schon als Hauptwaffe nutzen. Du kannst ja die normalen Waffen, wie zum Beispiel MG oder Pistole, auf Stufe 6 hochskillen. Und die dann als Zweitwaffe einsetzen. Wir gucken mal. Oh, ein Vierer Schlagkring. Geil. So. Sehr schön. Nehmen wir den noch mit. Da hinten das Auto kann man mitnehmen. Hallo Bea. Hallo Salaman. Alter, sind die größer geworden? Ach, halt die Klappe, Pamela. Halt die Klappe! Er stipselt da auf dem Auto rum. Er will halt auch mal, ne? Autofahrt. Noch wer? Weißt du, die gehen alle laufen. Aber die Zombies, die kommen hier an, ne? Oh, der Zappel-Philip. Die Granny Smith kommt wieder an, hier. So, Winnie-Pooh. Genau, Zombie-Winnie-Pooh hier. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Guck sie an. Ein Schuss auf den Kopf und weg sind sie. Ei, 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 ei. Ich werde die heute nochmal behalten, aber ich glaube, dann lege ich sie erstmal weg auf Seite. Und benutze sie nur vielleicht in der Horden-Nacht. So als, als letzte Reserve. Ja. Bei mir ist das irgendwie zu hart, muss ich sagen. Und jetzt weiß ich auch wieder, was wir wollten. Wir wollten noch die Schatzkarten holen, ne? Dann gehen wir mal da hin. Ruhe. Die Pfoten davon. So, gleich brauchen wir da gar nicht mehr rein, weil ich da voll bin. Wo ist die Schatzkarte? Da ist Kloz Schatzkarte. Dann gehen wir noch zu der. Du siehst du. Zwei Schuss. Bis der grüne Salamander weg. Überhaupt kein Problem mehr. Haben wir denn noch was zu essen hier, wenn ich mal fragen darf? Müssten wir eigentlich. Katzenfutter, Hundefutter, alles haben wir da. Wunderbar. Hauen wir uns das alles mal rein hier. Wie viele Punkte haben wir eigentlich wieder? Weiß es nicht. Eine Dose Fond können wir auch noch essen. Drei Vigel-Adventures hier. Die können wir lernen. Sehr gut. War da noch was? Nicht, dass ich wüsste. Den können wir trinken. Jawohl. So, 140 Meter da hinten. Ruhe. Der ist aber nicht im See, oder? Hallo Hühnchen. Düpti-Düpti-Düpti-Dü. Wie schön das aussieht hier, wenn das so grün ist. So, lass mal gucken. Haben wir noch Punkte? Nein. Aber das macht nichts. Dann können wir so buddeln hier. Genau ein Punkt. Dein Ernst. Dein Ernst. Naja, macht nichts. So. Der Frank schreibt. Hallo Ede und alle Ede-Nauten. War wieder eine geile Folge und mach weiter so und so schrotze. Ich finde, dass du sie benutzen kannst, weil ich es lieber sehe, wenn du dich verteidigen kannst, als wenn du immer hasenfüßig wegrennen musst. Aber das kannst du ja machen, wie du es möchtest. Ja, wir können die schon benutzen, aber ich sag mal, ich für mich persönlich muss immer ein Verhältnis haben, was relativ gut zueinander passt, ja. Weil ihr seht das ja, ne. Sascha hat das auch schon geschrieben hier in den Kommentaren. Das lesen wir gleich, ja. Diese Schrotze hier, ja, da steht hier 43,3 Fernkampfschaden, ja. Pro Kugel. Und eine so eine Patrone hier hat wohl 10 Kugeln drin. Das heißt, 10 mal 43 heißt mit einem Treffer, wenn alle von den Kügelchen treffen, 430 Schaden. Dann weißt du, warum der Salamander mit zwei Schüssen weg ist, ne. Das ist dann schon ein bisschen übertrieben, finde ich. Man soll ja auch schon ein bisschen was zu tun haben, ne. Aber dafür habe ich mir auch noch was anderes einfallen lassen. Das werden wir dann morgen im Stream sehen. Haha. Freut euch schon, freut euch schon. Das wird lustig. Das wird lustig. So. Zack, zack, zack. Alles rein hier. Gucken wir mal. 14 und 29. Interesse. Sorry für die Kraftausdrücke, aber jeder hat heute in dem Kraftwerk geschlafen. Der will wieder nur Blödsinn machen hier. Der Lümmel. Da, 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 da. Nutzen wir das mal. Richtig. Raviata. Weg damit. Da habe ich doch auch mal einen gesehen. Ach, das ist die. Jetzt hinüber? Ja, die ist hinüber. Okay. So. Habe ich hochgescrollt. Dann können wir nämlich, äh, da gleich noch ein paar, ähm, Kommentare lesen. Zum Beispiel vom André. Der schreibt, hallo lieber Ede. Ich finde, um deine Frage zu beantworten, du bist so lang mit dem, was, Flacheisen durch die Gegend geritten. Jetzt darfst du auch mal gern das Buttermesser nehmen und durch die Zombies zu schneiden. Zumindest würde ich es so machen, falls dir die Waffe zu hochges, was, geskillt sind, nimmst du andere oder du setzt die Waffen ein bisschen zurück. Naja, ich kann die ja nicht zurücksetzen. Ich kann nur sagen, nö, ich nehme die nicht, ne. So, beziehungsweise doch mittlerweile könnte ich es auch. Ich habe gestern, ne, lieber BSE und, äh, Sparti, haben wir im Discord ein bisschen rumgeblödelt und haben ein bisschen rumgetestet. Ich hatte da eine Wilma mit 14.000 Hitpoints, ja, weil ich ein bisschen in den XML-Dateien rumgestellt habe. Also, da kann man schon was machen. Das ist bestimmt lustig. So. Zack. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Aber gucken wir mal. Irgend so was lassen wir uns schon einfallen. So, heute auch hier keine Timelapse beim Buddeln. Das ist aber der einzigste, den wir heute holen, weil ich will da hinten hin. Da können wir noch zum Air-Drop gehen. Da müssen wir noch aufpassen. Da kommen ja wieder die ganzen Salamandinis. Aber jetzt mit der Waffe sollte das kein Problem sein. Kannst dich einfach hinstellen, unboxen. Fertig. So, da ist er. Dankeschön. Picke, picke, packe. Mit der fetten Hacke, ne. Sehr, sehr, sehr schön. Einmal muss das vorbei sein. Wie würde wir da jetzt sagen? Meine letzten Bierreserven. Schon wieder 25 Schuss. Guck. Alles los. Hast du was gesagt? Wir haben hier den Kopf verloren. Wer hat der Herr? Dieht nicht gesund aus. Hier ist so viel EP. So, hier. Wilma. Die. Die hatte 13.000 Hitpoints, weil ich das so eingestellt habe. Total lustig. Vielleicht kriege ich es ja auch noch hin. Denen irgendwie ihre Rüstung oder so höher zu stellen. Dass die weniger Schaden geben. Das wäre geil. Vielleicht kriege ich das ja irgendwie hin. So, das essen wir mal. Wo ist der Fond? Da oben. Rindfleischrationen. Zwei Stück. Okay, die geben wenigstens ein bisschen was. Wollt ihr mein Fahrrad haben oder was? Gibt's nicht. Hau ab. Das ist meins. Flossen weg. Was sind Privatschnitze? Da ist es. Da ist es. Da ist es. Da ist es. Zack. Nicht drei, sondern vier. Komm her. Aua. Okay, das ging schneller als gedacht. Jetzt dachte ich, wir können die cool alle wegnatzen. Wo ist denn Kuchen? Was hat denn da so ein Schaden gemacht? Habe ich gepennt? Hatten wir kein Leben? Habe ich keine Rüstung an? Ich kenne mich ja. Jetzt muss ich jetzt mal meine Sachen nehmen. Das Problem ist, der liegt direkt daneben. Da ist auch noch ein Salamander. So schnell kann ich gar nicht gucken, wie ich wieder tot bin. Pass auf. Weg damit. Kopfschmerzen, Wilma. Dankeschön. Weißt du, was ich heute noch gar nicht gemacht habe? Ich habe noch gar nicht geguckt. Oh, guck mal. Eine 6er Stahlhellebarde. Ah ja, natürlich, klar. Ja. Ich weiß nicht. Kann man diese Sachen auch daran koppeln, dass sie erst ab einem bestimmten Game Stage spawnen oder droppen? Das wäre vielleicht cleverer, weil ich mal gucke. 93. Was man sagt, erst so ab Game Stage 200 droppen die oder so. Wäre sowas möglich. Bestimmt, ne? Müssen wir mal gucken. Die zählt bestimmt zu spären, wetten wir. So, wen haben wir da noch? Sunshine Tiger Dragon schreibt folgendes. Und zwar, ja, mit der Waffe wird es wieder einfach, aber für mich besser als zu sterben. Bin kein guter Spieler, aber zocke manchmal trotzdem gern. Bin auch einer der Schleicher-Typ und da eh nicht der Schnellste bin, auch gut so. Weil so bemerken die Zombies mich nicht und bleiben stehen. Dann kann auch in aller Ruhe zielen, damit ich treffe, wenn sie sich bewegen, treffe ich kaum. Bedeutet, muss dann wegrennen und oder ich sterbe. Na egal. Ach ja, würdest du mir vielleicht verraten, welche Musik die im Zeitraffer eingespielt hast? Liebe Grüße an dich und alle Ede Nauten. Äh, welche meinst du genau, lieber Sunshine Tiger Dragon? Welchen Zeitraffer? Den ersten, den zweiten, den dritten, den vierten, keine Ahnung was? Musst du mir bitte sagen, generell ist alle meine Musik von Epidemic Sound. Das heißt, die kriegt ihr auch alle hier auf YouTube, weil die haben ihren eigenen Kanal. Oder Kanäle. Ruhe. Ne wilde Betty. Oh, die haut schon ganz gute Kellen, muss ich mal sagen. Ich bin eh voll hier, wir können gar nichts mehr guten, ne? Verpiss dich. So, weg da. Oh, da haben wir noch ein Bücherpaket hier. Mhm. Sehr gut. Tschüss. Dankeschön. So. Also, bitte nochmal in die Kommentare schreiben, welches du genau meintest, Sunshine. Wäre ganz gut. Durch Geldscheine klein machen gibt es auch sehr viel Papier, schreibt Demon Boy. Okay. Dankeschön. Brauchen wir gar nicht alles essen, weil wir jetzt wieder volles Leben haben. Volles Leben. Volles Essen. Bin auch bescheuert. Nein, nicht so. Komm her. Da reinräumen. Was will ich lernen? Warum auch immer wieder eine 6er Hellebade kriegen? Keine Ahnung. Das ist natürlich krass. Freut sich BSI bestimmt wieder. Nächste Jackpot hier. 6er Hellebade. Guckt euch das mal an. 69 Nahkampfschaden. 114 Nahkampfschaden. Wie sieht die überhaupt aus? Kann ich die mal nehmen? Als was zählt die? Das sind die Betonblöcke. Willkommen. Ich bin jetzt ein Landsknecht. Im Dienst ihrer Majestät. So. This is a classic medieval hellbeard. Customized to your king. Repair with Repair Kit. Ja, geil. Zählt als garantiert Speer. Garantiert ein Speer. Ich kann nicht mehr. Da hinten ist Claude. Claude. Ah ne. DJ Jacko ist das jetzt. Auch einer der neuen. Herzlich willkommen im Team DJ. Du bist jetzt offiziell ein Edenauten Zombie. Das ist das Schöne. Einige von euch sind hier drin verewigt. Das heißt, wir können uns jetzt, ne. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Riot here. Ja. Wir können uns jetzt alle gegenseitig auf die Schnauze hauen. Der ist gut, oder? Da kommt Buffy. So. Jessica Rabbit hier. Olaf auch. Eindeutig. Zack, zack. Dankeschön. Da ist Stumpi. Richtig schön. Also, wenn du mal einen schlechten Tag hattest, lockst du dich hier in die Edenauten Mod ein. Spawnst einen Haufen Polizisten. Und vermöbelst die Edema kräftig. Dann geht's dir wieder besser. So muss das sein. So muss das sein. Und nicht anders. So, was haben wir auf Tag 26? Mir fällt gerade ein, äh, ja. Es ist bald wieder Horten Time, ne. Lang dauert's nie mehr. 28 war's, ne. Warum, wir räumen mal auf hier. Wer ist das hier? Caramella. Caramella. Okay, wer ist das? Urban. Und Bonnie. Und Clyde. So, können wir jetzt hier alles zerlegen? Ich hoffe doch. Wir machen alles weg hier, was soll's. 18 Uhr. Was tust du nur? Dann sagen wir mal noch ein paar Sachen hier. So. Was müssen wir noch? Wir müssen auf jeden Fall mal anfangen zu buddeln in unserem Loch da. Dass wir bis zum Bedrock kommen. Weil das ist wichtig. Und dann muss das natürlich alles auf mindestens Stahl aufgewertet werden. Weil es halt, äh, sehr, sehr viel, ähm, aushalten muss. Sagen wir's, wie es ist. Denn die Zombies, die da kommen, sind nicht ohne. Kloot! Weg mit dir. Dankeschön. Aber warte, hier können wir wieder sparen. Ja, langsam. Fisherman's Brand. Der Brute. Elektro Ernie. In wilder Form. Macht mein Chief Wiggum. Juhu. Die Pfoten weg hier. Kann noch irgendwer? Nein. Komm! Aha. Doch, noch ne Kamella. Schön, ne? War das schon wieder eine? Tatsache. Stahlspitzhacke. Man merkt überhaupt nicht, dass ich glücklichen Sammler auf 5 und Ludgubo auf 10 habe, ne? Merkt man überhaupt nicht. So, was ist hier? Schnell und scharfsinnig. Deine Hände sind ganz schön flink. Angriffe mit Speeren sind 10% schneller. Okay. Die Frage, will ich das? Ne, wir waren hier, waren wir Crafting am machen. So und so. Wir wollten das ja weitermachen hier. Damit wir schneller craften, ne? So sieht's aus. Das wollten wir. Machen wir die ganzen Käse hier noch weg. Dann sollten wir eigentlich genug an Teilen haben. Und vor allen Dingen schön Benzin. Da hinten liegt noch was. Hat kaputt. Der Ding hier kann mit. Die Einkaufswagen lasse ich jetzt mal stehen, ne? Bong, sagt er. Bong. Da ist noch ein Auto. Oh, guck mal, der grüne Salamander da. Der verstalte Salamander, der will auch einkaufen. Interessant. So, ich scroll mal wieder ein bisschen runter. Zu den nächsten Kommentaren. Wohin mit den ganzen, äh, mit den ganzen Motoren? Wenn wir zerlegen, ne? Wen haben wir denn da noch? Ähm, da dumm, da dumm, da dumm, da dumm. Ich muss einmal mehr anzeigen hier. Und da auch mal mehr anzeigen. Jawohl. Da haben wir folgenden Kommentar von Marinos. Moin, ihr. Normalerweise bin ich nur stiller Genießer. Aber zu den Cuts nochmal. Ich fand es ohne Cuts völlig okay. Es steht ja jedem frei vorzuspulen. Die stark gefütterte Folge fand ich zu hektisch. Normalerweise schaue ich dich zum Einschlafen. Aber da habe ich kein Auge zu bekommen. Ich hoffe, du verstehst das als nett gemeinte Kritik und nicht als Meckern. Liebe Grüße ans Team Edenauten und danke für deine Videos. Natürlich verstehe ich das als Kritik. Kein Problem. Weißt du doch von der letzten Folge. Habe ich doch gesagt. Hier darf jeder seine Kritik äußern. One Hit. Einfach nur One Hit. Ne? Das sehe ich nicht als, äh, meh, 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 meh. Ne? So, mach das so, wie ich das haben will. Sondern als, äh, vernünftige, normale Kritik. Ach, das ist ja voll. Verdammt. Ah, da macht die Dinger klein hier. Ist mir egal. Weg damit. Muss mich bewegen können. Wir müssen jetzt erstmal, hier, der Kampf gegen Butalinski geht los. Komm raus. In your face. Kommt alle raus hier. Müssten ja alle wieder da sein. Kommen wir mal. Die Spinne steht schon bereit. Hau ab. Ja, der Kohle-Kaspern hier. Ah. Der hält wieder mehr aus, ja. So. Man merkt, für Brutalinski ist die Waffe angebracht, ne? Ich meine, er hat trotzdem keine Chance gegen uns, wenn wir das so machen. Aber, ja. Hallo. Saves. Können wir die endlich mal aufmachen. So. Ich kann euch das ja immer ein bisschen erklären mit den Cuts und so weiter, ne? Erstens möchte ich das damit ein bisschen aufpeppen. Zweitens wisst ihr ja jetzt, dass ich dann davon, äh, was, dass ich dann, ne? Ne, dass ich jetzt von YouTube lebe, ja? Also, ich habe keinen Job nebenher mehr. Ich mache das hier, damit ich, äh, um damit mein Geld zu verdienen, ja? Und davon lebe ich, ne? So. Ganz offiziell jetzt, ja? Und das habe ich nur euch zu verdanken, weil ihr die Videos guckt. Aber natürlich will man auch ein bisschen mehr und neue Leute erreichen. Nicht nur will, sondern auch muss, ja? Weil da gibt es ja so schöne Organisationen, die einem immer Briefe schicken einmal im Jahr. Bitte zahlen Sie sofort. Hast du nicht gesehen, ne? Das muss ich ja auch machen. Da kommt keiner von uns drum rum. Und durch diese Cuts und so weiter, tut die, ähm, wie soll ich sagen? Man sagt die Retention, sagt man im YouTube-Jargon, ja? So. Das ist dann so ein Balken, wo ich sehe, äh, wie viele Leute an welchen Stellen noch schauen, ja? Je höher, um desto besser. Und damit versuche ich, diese Retention noch höher zu kriegen, als sie eh schon ist. Ohne, dass es euch auf den Keks geht, ja? Ja, deswegen habe ich auch gesagt, gebt Kritik, Feedback und so weiter und sagt, wenn es euch gar nicht gefällt, ja? Weil es bringt ja nichts, das so wie verrückt zu schneiden und dann guckt gar keiner mehr von euch, ne? Deswegen möchte ich das so gemeinsam mit euch, äh, hinkriegen. Was ist da noch irgendwie? Ach du, ne, ne, da ist ja alles voll hier. Nein, danke. Alles voll hier. Ich muss mal aufpassen, dass ich die... Ich will die... Ja, genau das will ich nicht. Die Regale da kaputt machen. So, bleib liegen. Die sollen ganz bleiben. Ich will nämlich die ganzen Bücher hier noch haben. Das ist wichtig. Kann ich die eigentlich reparieren? Also, um darauf zurückzukommen, je höher diese Kurve ist, ich kann ja vielleicht, äh, heute wird ein bisschen schwer, aber vielleicht im... Beim nächsten Mal kann ich dir das ja einfach so einblenden, ja? Dann seht ihr das auch mal. Weil Leute, die einfach nur gucken, die haben damit natürlich nichts am Hut, ne? Die sehen da gar nichts. Die gucken einfach nur. Aber das sind halt alles so, äh, ich sag mal, wichtige Daten. Dankeschön. Die man halt im Auge behalten muss, ne? So, hier noch irgendwas. Oh, Poppenpilz. Wenn ich mal hier brauche. Jetzt müssen wir erstmal nach Hause. Das wird nichts mit dem Knast. Und da ist meine Intention, das halt so hoch wie möglich zu kriegen, mit euch zusammen, ohne dass ihr euch gestört fühlt, ne? So. Zack. Zack. Vorteil ist dann natürlich auch, wenn mehr Leute das gucken, dann, äh, gibt's mehr Werbeeinnahmen durch die Werbung, die halt in den Videos sind und so weiter, ne? Weil ich kann euch ja auch nicht immer belästigen und sagen, ah ja, hier, mach mal super Chat, mach mal Mitgliedschaften, hast du nicht gesehen, ne? Die sind auch gerne gesehen, aber das ist eure Entscheidung. Da werde ich nie irgendwie sagen, los, jetzt hier, lass eine da, ne? Wir brauchen 10 Mitgliedschaften, sonst kann ich nicht mehr streamen oder so einen Scheiß, ja? Das werde ich nicht machen. So, wer das machen möchte, bitteschön, jede macht das nicht. So, und das haben wir gegessen, jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Platz, ne? Wir müssen nach Hause. Wir sind sowas von überladen, ne? Oder können wir noch was zerlegen? Können wir. Unberührt. Können wir die nicht einfach mit nach Hause nehmen und da Steaks drauf grillen oder so? Wobei, so wie der aussieht, müsste man den erstmal zwei Jahre lang putzen. Voll ekelhaft. Kommt über ein Eisen raus. Aber die Bücher waren schon gut. Das ist praktisch hier. Da können wir alle sieben Tage vorbeigehen und neue holen, ne? Jetzt, wo Wotalinski auch kein Problem mehr ist. Da, 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 da. So, wie sieht's aus hier? Wie sieht's aus hier? Noch mehr EP, so sieht's aus. Weg mit dir. Ist der auch hinüber? Der Urban. Da hinten müsste noch Greys drinstehen, ne? Nein, geh weg. Hallo, werte Dame. Haben sie kein Gesicht mehr? Aber das tut doch weh. Ja, da ist sie doch, die gute Grace. Schön Fleisch. Dankeschön. So, sonst noch wer hier? Okay, er fliegt. Alles klar. Boin. Aha. Ach, ist das schön. Hm. Ah ja, genau. Kermit kann das, ne? Um die Ecke mit zwei Meter Arm. Interessant wieder. So, zwei Stück davon. Gibt mir den. Kann das hier Pissoir sein, oder was? Soll ich die Folge mal nennen, wie bei, äh, South Park hier? Wer hat ins Pissoir gekackt? Ich glaub, das können wir nicht machen, ne? Das wär so ein typischer Ede-Move, ey. Ich liebe so nen Blödsinn. Aber nein. So nennen wir es dann doch nicht. Lassen wir es ein bisschen vernünftig. So, hier sind alle weg. Da ist nochmal EP. Komm mal her, Bambela. Bambela. Da ist sie, ja. Ah, der ist auch noch ein Schatz. Aber der ist im Dingens. Wir haben jetzt 22 Uhr. Wir müssen aufpassen. Dankeschön. Schon wieder eine Vierer-Stahl-Axt. Äh, das ist... Das ist hier Fire Department only. Okay. Dankeschön. Hab ich irgendwie Dingens geskillt hier? Oh oh, wir haben Nacht. Macht nix. Tick, 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 tick. Oh, Loot. Siehste? Liegt alles hier rum. Brauchst du keine Angst haben. Wir können nix mehr aufheben. Alles voll. Deswegen müssen wir nach Hause das Zeug einräumen. Geht nicht anders. So. Gucken wir mal, was da so los ist. Ein paar Kuhren hast du nicht gesehen. Müssen wir auch noch alles skillen hier. Aber ich glaube, als nächstes skillen wir, wie gesagt, das Crafting durch. Das wir schneller craften. Und dann kommen wir mal zur Rüstung hier. Und zur leichten Rüstung und so. Die ich immer trage. Ich trage ja immer die Militärrüstung. Dann können wir die hochskillen. Dass die auch noch Boni bringt. Und so weiter und so fort. Der nächste Kommentar kommt vom, äh... Das wird dich gerischt. Hi, lieber Ede und Edenauten. Nun musst du nicht mehr verzagen. Denn ne Schrotze mit 43 Schuss kannst du nun tragen. Brutalinski geht vor dir auf die Knie. Beim Anblick deiner Artillerie. Nun räum... Was? Nun räumst du die Edenauten-Mod mit deiner Schrotze fort. Weiter so und viel Erfolg. Dankeschön für das tolle Gedicht. Vielen lieben Dank. Fertig gericht. Richtig lustig. So. Was können wir denn noch hier lernen? Da ist schon wieder ein Auto. Vielleicht haben wir ja bald auch mal vernünftige Autos hier. die wir lernen können. Essen ohne Ende. Essen ohne Ende. Das hier wird doch nicht stuf. So. Die kommen erstmal hier rein. Alle da auch. Zack. Oh Gott. Ey, das dauert wieder. Also heute werde ich auch hier keine Timelapse machen oder so. Weil ich bin echt in hurry. Ich bin hier gerade um 16.27 Uhr am Aufnehmen. Heute hat mal wieder nichts geklappt. Weil Ede so einen Gammeltag hatte. Echt. Den ganzen Tag müde. Einfach nur. So Frühlingsmüdigkeit. Keine Ahnung was da ist. Auf jeden Fall hast du nichts hingekriegt. Bin ich echt froh, dass ich heute wenigstens dieses eine Video hingekriegt habe. Aber da seht ihr mal. Auch Ede ist ein normaler Mensch. Und 7 Days macht halt einfach Spaß. Und geht immer vor. Da werden immer Folgen gemacht. Wenn ich mich dazu entscheiden muss. Was mache ich? Ich kann nur eine Sache machen heute. Dann wird es in 99,999% der Fälle immer 7 Days sein. So. Mit 3er Compound Armbrust. Die könnten wir auch hier wegtun. Dann können wir die raustun. Und die hier reintun. 700 Bolzen. 893 Pfeile. Willst du mich verpiep? Händler, 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 Händler. Händler. Die kommen hinten hin. Okay. Das kommt da hin. Ne, nicht hier. Aber hier. 80 Stück. Okay. Mehr geht nicht. 119 haben wir jetzt. Das heißt. Was wollen wir jetzt machen? Forge ahead. Papier brauchen wir. Papier, Papier, Papier. Bei 10 wären das schon 11 Stück. 250. 275 brauchen wir. Können wir in die Werkbank gehen. Und das hier zerlegen. Das brauchen wir eh nicht. Mal Papier draus. Zerlegen. Bitteschön. Das dauert ein bisschen. Aber dann haben wir auch genug Papier. Weil das Geld brauchen wir sowieso nicht. Kampfwolf. Was? Kampfwolf. Kampfwolf schreibt. Mit der Schrotflinte bist du waffenmäßig im Endgame. angekommen. Da sind die Zombies halt kein Problem mehr. Wolltest doch einen Tunnel zur Hortenbase anlegen. Damit du noch. Doch dann einen Weg aus der Grube raus. Da die Zombies hier nicht runter buddeln können. Würden die dort nicht reinkommen. Wenn die Tunneldecke deren Boden ist. Genau. Da kommen die nicht rein. Aber. Lieber. Kampfwolf. Erstmal müssen wir ja unsere Hortenbase hier hinten hinkriegen. So. Da ist sie. Da sehen wir sie. Die müssen wir erstmal bis zum Bedrock buddeln. Und dann müssen wir die Seiten komplett alle mit Beton auslegen. Das dauert. Ich glaube nicht. Dass wir das in knapp anderthalb Tagen hinkriegen. Weil Tag 28 ist schon wieder Horde. Und wir haben. Wie du siehst. Noch nichts gemacht. Da ein klein bisschen. Das war's. Könnten wir denn schon wieder Betonmischung machen. 500. Wir brauchen Zement. Und wir brauchen Bruchsand. Wir könnten ja hier mal reingehen und Zement brennen. Wie viel können wir? 1042. Wohne ich jetzt nicht. Mach mal 500. Okay. Das geht schon so schnell. Fertig. 500. Fertig. Aua. Meine Ohren. Also ihr seht. Es ist jetzt schon schnell. Brauchen wir eigentlich nichts mehr reinpacken dann. 1.500 haben wir da. Ach das Eisen kommt aber gar nicht hier rein. So. Das kommt hier rein. Dann haben wir da ein bisschen. Den Schmelztiegel brauchen wir auch noch. 1.600 Betonmischung haben wir noch. Die können wir mal nehmen. So. Das heißt. Er macht jetzt hier Rezept. Betonblock. Maximum. 160. Ja. Mach ich bei mir in der Hand. Was soll's. Die braucht man nicht. Das können wir so hinpacken. Das passt auch. Trinken müssten wir was. Wir müssten unbedingt auch dieses Waschbecken da bauen. Wenn wir es können. Aber können wir glaube ich noch nicht. Lass mal gucken. Ein Wasserreinigungsmod. Die wäre natürlich noch besser. Sink with Water Filter. War das das hier? Ich glaube ja. Okay. Das ist natürlich nice. Also wir können das bauen. Aber wir brauchen halt erst die Bücher. auf 50 Arbeitsstationen. Auf 50 Arbeitsstationen. Deswegen wollen wir ja die Arbeitsstationen Bücher machen. So. Mamika sagt. Da war Papier noch in der Kiste. Jo. Jetzt nicht mehr. Wie viel haben wir noch? Da 72. Also nicht so viel. Ich will ja alle auf einmal machen. Und wir haben ja hier dieses WLAN. Da saugt er ja automatisch alles rein und raus. So. Gucken wir mal was Gamer Affe schreibt. Du schreibst. Hallöchen Ed und alle Edenauten. War wieder eine super Folge. Mit schönen Cuts. Das mit der Schrotze war echt mega lucky. Aber finde sie auch etwas OP. Aber abwarten was da noch so kommt. Denn Sascha hat ja gesagt. Ab Game Stage 100. Kommen wieder andere Zombies. Vielleicht brauchst du sie noch für die Horde. Wir werden sehen. Liebe Grüße an dich und alle Edenauten. Stimmt. Da sagst du was. Da sagst du was. Sollen wir mal gucken. 94. Wie lang ist es nicht mehr hin? Steve. Du schreibst. Habe die Ehre, Ed. Wollte fragen, wann du deine kleine Base wieder weitermachst. PS. Schöne Folge. Und die Waffen passen so wie sie sind. Finde ich. Liebe Grüße, Steve. Meine kleine Base. Was für eine kleine Base? Meinst du, Steve? Die hier oder was? Wir müssen auch noch was machen. Aber das ist erstmal zweitrangig. Weil Horden Base muss stehen. Wenn wir die Horden Base haben, machen wir hier die Seite fertig. Und dann machen wir einen Tunnel nach da hinten. Zur Horden Base. Und wenn wir das haben, dann können wir hier noch so ganz zum Schluss im Endgame alles aushöhlen und verkleiden und verputzen. Und eine schöne Couch-Ecke mit dem Bett und was weiß ich alles hinmachen, wenn das geht. So stelle ich mir das vor. Ah, immer dieses Wasser. Immer dieses Bacon-Sandwich. Uh. Maisbrot. Aha. Koch mal. Dauert auch überhaupt nicht lang. 40 Sekunden. Was geht das über? Dipfelt-Omelett. Da können wir nicht viele machen. Zwei Stück. Zack. Das war's. Die brauchen ein bisschen... Siehste mal. Kochen müssen wir auch noch skillen. Und wir müssen auch noch anpflanzen. Also wir haben doch jede Menge zu tun. Jede Menge. Art schreibt. Hallo Edel. Was ist denn da los? XP-Farben leicht gemacht. Die Schrotze ist schon etwas OP. Und würde ich vielleicht nur zum Blutmond nutzen. War wieder eine super Folge. Dankeschön. Da sagst du was. Da sagst du was. Ah, die ist halt schon echt... Ich meine, sie sieht geil aus. Von der Farbe her. So. Kommen auch noch andere Sachen dann. Wartet ab. Wir können ja einfach mal alle Waffen durchskillen dann. Und gucken, welche uns am meisten gefällt. So. Ein Uhr. Ich warte mal kurz. Und dann... Sehen wir uns um 4 Uhr wieder. So. 4 Uhr. Da sind wir wieder. Sascha schreibt. Hallo lieber Edel und alle Edelauten. War wieder mal eine schöne Folge. Danke für deine Zeit und Mühe. PS. Du musst bei der Schrotze anders rechnen. Die macht 43,3 pro Kugel. Eine Patrone Schrotmunition besteht aus 10 Kugeln. Das heißt, die macht pro Schuss mindestens 433 Schaden. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Was Sascha geschrieben hat hier. Das ist echt schon krass. Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht doch ein bisschen zu viel ist. Aber warten wir erstmal den Game Stage 100 ab. Oder noch höher. Und dann gucken wir mal, was da so alles an Getier kommt. Und uns das Leben schwer macht. Wir werden sehen. So. Wir haben Essen, Trinken dabei. Die Blöcke werden gemacht. Jawohl. Das sind Würfel. Die gehen ja auch noch. Da könnten wir schon mal... Zumindest die Ecken machen. Gehen wir mal zu unserer Hordenbase und buddeln da noch ein bisschen weiter. Würde ich sagen. Weil das Gefängnis, das schaffen wir jetzt nicht mehr von der Zeit her. Da können wir dann... ...nächste Folge voranfangen. Was ist los? Travis. Dankeschön. So muss das sein. Hast du gesehen? Der Gammeldreck fliegt weg. Und der Loot bleibt hier liegen. Hallo. Red. Jetzt ist aber wirklich jeder einen Sack fallen. Aber wirklich jeder. Da ist wir... Aha. Goopy Random. Ah, das waren die, die gerne in der Erde stecken bleiben, ne? Oder gar nicht so einfach. Sind die schon wieder Bäume? Hatten wir die nicht weggemacht? Hatten wir die Bäume nicht gefällt hier? Egal. Komm, wir gehen zur Hordenbase. Wir müssen weitermachen. Wir haben Messerarbeit zu tun. Aha. So. Und vielleicht greift wir uns ja hier wieder was an. So, dass wir ein bisschen mehr... ...Blut bekommen. Wooten. Hahaha. Den Rand müssen wir auch noch machen dann. Nicht, dass die hier hängen bleiben. Und da irgendwie in der Gegend rumboxen. Das wollen wir natürlich nicht. So. Machen wir noch eine Etage hier runter. Sehr gut. Das geht ja relativ schnell. Mit der Spitzhacke. Ah, ist das schön. Fangen wir wieder an zu singen. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Unter dem Meer, ne? Hat die Mutated Wasteland Spider wirklich schwer. damit da einer rein da einer rein immer so die ecken schon mal an ist ja kommen wir ja wie das jose hier aber das noch weg und dann muss man schon buddeln kommen runa ach ist ja gar nicht da geht auch damit sehr schön der ernst schreibt hallo edel vielleicht sollte man diese waffen nur im notfall benutzen sonst war es wieder sehr schön das video danke ernst wir gucken einfach mal ja wir kriegen das zusammen hin wie wir das machen so hier weiter und da weiter und dort und dort überhaupt überall ach schön so jetzt muss man weiter machen jetzt geht es wieder eine etage tiefer bald müssen wir echt hier aber das gute ist da kriegen wir leben die können wir auch wieder einbrennen schön die frage ist halt wollen wir schon direkt alles drumrum machen oder lassen wir das erstmal offen hier im endeffekt sie können ja nicht buddeln die können ja hier nichts machen wenn man sich vielleicht erstmal sparen ich weiß auch nicht wie tief es hier ist ob es hier genauso tief wie bei uns drüben ist oder ob hier der bedrock früher kommt oder keine ahnung was wir müssen gucken wen haben wir denn dann noch den joachim der schreibt hallo edo und edenauten die waffe ist gut und schön finde aber dass es wieder sehr schnell so wird wie in der vorigen mod soll heißen der reiz ist sehr schnell raus trotz allem wieder eine klasse folge ja genau das ist finde ich auch joachim das ist nämlich auch so meine befürchtung ich meine das ist nun mal so bei seven days ich kann es nicht noch höher stellen als irre deswegen habe ich ja schon versucht zu gucken ob ich es irgendwie schaffe in den xml dateien was umzustellen dass die zombies noch her da werden aber bisher war ich da noch nicht von erfolg gekrönt das ist halt wenn man es kennt das spiel dann weiß man genau was man machen muss dann ist man schnell durch aber ja trotzdem versuche ich mein bestes zu geben und auf der anderen seite sind dann halt so challenges wie perma death oder so ja die sind dann nichts für mich weil ihr habt es gerade eben gesehen dafür bin ich dann doch ein bisschen zu ich sag mal chaotisch und trottelig ja dann ist immer direkt vorbei dann sehen wir nur tag eins bis fünf und mehr nicht weil ich dann mal wieder tot bin so ungefähr das möchte ich euch dann auch nicht zumuten wir müssen da mal einen guten mittelweg finden so zack zack da kommt jetzt schon der stein der felsen aber wir haben schon 2000 leben gesammelt ja das ist auch gut wenn ich mal ein bisschen tiefer muss ja auch sein muss ja auch sein das mecklenburger schreibt 9 ich kommentiere sehr selten aber die 6er sg ist viel zu stark da kann es schnell langweilig werden vielleicht ist aber auch etwas verstellt die 6er shotgun ist vielleicht für später besser wenn viele viele auf einmal kommen ja und guck mr bse und bunny haben die auch geantwortet mr bse schreibt normalerweise sollte jede die auch erst im endgame bekommen aber er hat halt mal wieder unverschämt frühzeitiges glück ich weiß nicht wovon du sprichst bse vermutlich weil er alles durchgeskillt hat für die shotgun kann das sein erstmal gucken sonderbüchse fünf schotty 10 jo mach ich immer so weißt du doch bse bany schreibt stundenlang auf zombies einprügeln ist auch mit der zeit langweilig und man man was wenn man was findet kann man nicht beeinflussen vor allem spart man munition gegenüber den normalen waffen da was auch von vorteil ist da mal was ich richtig mit dir hier lass mich in ruhe muss die kommentare lesen kann keine klappergestelle hier vermöbeln okay so gebe ich da auch recht machen die frage ist jetzt hauen die das hier kaputt eigentlich müssten die ja wenn die nicht buddeln lassen sie unsere blöcke auch in ruhe das testen jetzt mal pass auf wir machen ja alles zu gucken ob die dann hier reinkommen ob die was kaputt hauen um hier reinzukommen oder ob die dann gar nichts machen das interessiert mich wir sind ja hier nicht bei minecraft wo dann was spawnt so weil dann jetzt habe ich ja theoretisch ruhe hier kommt keiner mehr rein ich kann in ruhe buddeln bis ich auf dem bedrock bin oder sollte eigentlich klappen gucken wir mal bitteschön ist der immer noch dran der ist immer noch dran mit 48 stück lustig so und dann hast du noch geantwortet das ist natürlich richtig dann wäre es vielleicht besser wenn man sie nur in der ordnacht nutzt ja wir gucken mal wir haben die waffe jetzt ja und wenn not am mann ist wenn es ganz ganz eng wird können wir sie ja benutzen ansonsten lassen wir sie erst mal weg zum beispiel gegen brutalinski würde ich gerne benutzen ihr habt gesehen selbst da hat er ohne ende rüstung das vieh der hat ja massig schüsse ausgehalten also wenn da noch mehr so viecher kommen ab game stage 100 hier haben wir das spielstadium 271 das heißt hier könnten die schon kommen wer weiß was dann der horde kommt wenn wir hier jetzt die hordennacht machen das kann ja ganz ganz lustig werden vielleicht brauchen wir die waffen da wir werden sehen ach wir haben ja noch die helle bade dahinten die habe ich wieder total vergessen siehst du mal unglaublich der typ unglaublich so der sven schreibt kann man den mod irgendwo downloaden finde den echt supi ja sven kann man und zwar bei uns im discord man mal die beschreibung vom video auf da siehst du einen link zum discord da draufklicken dann kommst du auf den discord von uns von den endenauten da siehst du erstmal nur eine ellen lang wall of text mit den regeln runter scrollen den gelben daumen hoch klicken die regeln akzeptieren und dann siehst du die ganzen anderen kanäle wenn du dann in den seven days kanal gehst dann siehst du dort oben angepinnt die mod zusammen mit dem update 1 kannst du alles runterladen installieren wenn du nicht weißt wie das gehst kannst du auch nach einem tutorial gucken das haben wir auch hier auf dem kanal am besten gehe ich mal hin und tue dieses tutorial wie man das installiert jetzt hier mit in die beschreibung packen dann könnt ihr immer einfach die beschreibung aufklappen auf den link klicken und kommt direkt zum tutorial wie man die mod installiert ich glaube das ist sehr hilfreich so dass ihr nicht mehr suchen müsst oder dass man ständig den link posten muss checkmarke an mich dass ich das mache so der robert schreibt im schnitt wird edel besser sowohl als auch 4,6 schuss für einen brutalinski sollten es schon sein ich finde der sprung von der selbstgemachten shotgun zu dieser übermonster stufe 6 mit riesigen magazin ist einfach zu groß gut robert wie mr bse schon gesagt hat gerade eben ich hatte halt unverschämtes glück normalerweise findet man ja auch erst die normale shotgun oder die automatische shotgun und hat dann die zwischenschritte ja das war natürlich direkt von 0 auf 100 in einer sekunde muss man sagen das war ja vom vom allerersten crap vom allerersten müll hin zur zur besten shotgun die es gibt im spiel in einem schritt so als hätte ich sie mir aus dem kreativ genommen ja so kann man sich das vorstellen würde ich mal behaupten wieder eine etage tiefer die steine können auch gebrauchen da kann man direkt zement draus machen später so mal eine reihe habe ich hier noch hier aber jetzt kriegt ihr meine vorstellung hier was das werden soll so weg mit den steinchen hier ich bin gespannt ob der hier reinkommt oder nicht laufen einige rum aber sie kommen nicht runter das muss das sein tja ihr seid halt doof und könnt nicht buddeln weiß nicht ob da eine wanderer ist könnte natürlich sein so und so gucken wir mal du jetzt gleich hoch und räumen darauf die sind fertig schlüpfer zeigen hier wie soll ich denn jetzt hier runter hoch kommen wenn ihr darauf liegt hallo kommt der nächste nein bleibt oben bitte nicht runter kommen aha noch ein kandidat die schalter hinten hoch mir auch egal ach komm wir probieren mal hier ok ok so sparty schreibt danke für die neue folge hat mir heute mit dem schnitt sehr gut gefallen das wird schon übung macht den meister so sieht es aus sparty so sieht es aus und es ist echt nicht einfach wenn man da keine ahnung von hat und sich das selber beibringen muss muss ich ganz ehrlich sagen so so äh gib her ich auch einsammeln so nö nicht wirklich aber egal passt totenstille hier wir haben sogar alle kommentare geschafft sind durch dann würde ich sagen du lässt den daumen hoch da wenn es dir gefallen hat ich buddel hier noch ein bisschen weiter und in diesem sinne wie immer danke für deine zeit dr 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 Vielen Dank.